Vor eineinhalb Jahren schlägt dieser Oberarzt von der Medizinischen Hochschule Hannover Alarm. Schwerstkranke Kinder seien wegen Personalmangels in Gefahr. So hat er das formuliert. Das sind ja fast alles schwer lebensbedrohlich erkrankte Kinder. Mit den Folgen natürlich, dass die dann nicht nach unseren Möglichkeiten behandelt werden können und unter Umständen auch sterben. Es könnten Kinder sterben, weil das Personal fehlt? War das jetzt nur eine Momentaufnahme, ein Ausnahmefall? Klares Nein. Unsere aktuellen Recherchen zeigen, dass sich die Lage verschärft. In vielen norddeutschen Kliniken sind rund 30 Prozent der Intensivbetten gesperrt, werden also nicht belegt. Was das konkret bedeutet für Patienten und Klinikpersonal, das konnten wir auch in einer Bremer Kinderintensivstation miterleben. Schlechte Nachrichten auf der Kinderintensivstation. Eine Pflegerin ist krank, kann heute Nacht nicht arbeiten. Das hat Auswirkungen auf den ganzen Tag. Wie können wir da den Austausch drüber machen? Naja, wir haben halt im Augenblick sechs Beatmete, ne? Sechs Beatmete. Und der siebte Beatmete kommt. Dann haben wir halt ein Kind, was dringend wegen drohender Blindheit gelasert werden muss. Und das ist halt mal so. Und gut, ich hab heute Morgen, bin ich auch davon ausgegangen, von der Fülle der Mitarbeiter, die heute Morgen da waren, dass das halt irgendwie gehen wird. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir das hinkriegen. Drei Kinder warten auf der Normalstation auf ihre OP, müssten dann hier versorgt werden. Doch wenn Pflegekräfte fehlen, geht das nicht. Der muss gemacht werden. Auf jeden Fall. Das ist so, ne? Das heißt, wir machen... Blind geht nicht. Das ist nur ein Kurzeingriff im Schockraum, den können wir umsetzen. Den Kurzeingriff, der ist erst am 12. Was kann nicht warten? Was lässt sich noch irgendwie schieben? Das wäre der... Die Operation eines Leistenbruches wird für heute abgesagt. Und die Leistenherrn hier zyste auch nicht. Es gibt aber trotzdem ein Risiko, sonst würde man sie ja gar nicht operieren. Also es gibt das Risiko, dass aufgrund der Leistenherrn hier es auch im Zweifel schweren Komplikationen kommen kann. Die sind gering. Aber dann geht es natürlich auf Kosten der Patientengesundheit. Das ist frustrierend. Also es ist... Es lässt einen verzweifeln an dem, was man hier macht. Also es lässt einen verzweifeln, weil man sieht, dass die Räumlichkeiten da sind, dass die Geräte da sind. Also dass man ja wirklich zwölf Patienten nehmen könnte. Es sind aber nur maximal acht Kinder. Für mehr fehlen Pflegekräfte. Sie würden sofort mehr Personal einstellen, doch der Markt ist leergefegt. Also das ist eins unserer Patientenzimmer, wo wir theoretisch noch vier Plätze für vier Patienten hätten. Also wir hätten, ja. Wir sind ja eine Station für zwölf Patienten. Und das sind halt unter anderem vier der Betten, die wir nicht belegen können, auch wenn wir es gerne wollten. Leere Betten, die eigentlich dringend gebraucht würden. Das ist vielerorts Alltag, nicht nur auf Kinderintensivstationen. Bereits Ende 2018 hat Panorama 3 recherchiert, dass viele Intensivstationen überlastet sind. Wir wollen wissen, was hat sich seitdem getan? Das Online-System Iwena zeigt an, welche Intensivstationen freie Kapazitäten haben und von Rettungswagen angefahren werden können. Wenn Intensivstationen in Bremen und Niedersachsen überlastet sind, melden sie sich hierüber bei den Rettungsleitstellen ab. Das ist dann rot markiert. Wir greifen auf diese Daten zu, wie schon Ende 2018. Im Zehn-Minuten-Takt auf Meldungen von 84 Kliniken. Vier Monate lang. Die Daten zeigen, mittlerweile hat sich das Problem erheblich verschärft. In Bremen zum Beispiel haben sich die Intensivstationen inzwischen 66 Prozent der Auswertungszeit abgemeldet. Ende 2018 waren es noch 50 Prozent gewesen. Auch in der Region Hannover hat sich die Lage bei den 13 Kliniken verschlechtert. Die chirurgischen Intensivbetten zum Beispiel für Patienten nach Operationen sind mittlerweile fast ein Drittel der Zeit auf Rot. Ende 2018 waren es noch 25 Prozent gewesen. Bei den internistischen Intensivbetten zum Beispiel für Herzpatienten mehr als die Hälfte der Zeit. Auch das eine deutliche Steigerung. Und unsere Daten zeigen auch, die Engpässe in den Kliniken führen häufig zu regelrechten Kettenreaktionen. Am Ende steht alles auf Rot. So kam es zum Beispiel in Bremen an mehr als jedem dritten Tag dazu, dass die Intensivstationen aller Kliniken gleichzeitig abgemeldet waren. An elf Tagen sogar mehr als acht Stunden lang. Auf der Bremerer Kinderintensivstation würden sie gerne noch mehr Kindern helfen. Hier gibt es spezielle Therapien, die nur wenige Kliniken bieten. Wir haben aus Holland über Oldenburg dieses Kind bekommen, das eigentlich mit einer banalen Virusinfektion erkrankt ist und zunehmend pulmonale Probleme bekommen hat. Dann haben die uns angerufen und dann haben wir das Kind mit unserer Intensivtrage abgeholt. Weil das Baby zu wenig Luft bekam, ist es in Bremen an eine spezielle Herzlungenmaschine angeschlossen worden. Das bindet viel Personal. Es ist bei uns dann so, dass wir da natürlich eine Eins-zu-eins-Betreuung haben. Das heißt, da ist eine Schwester hier, die auch den Raum nicht verlassen darf, weil sie sich vorstellen können, das ist zwar alles inzwischen sehr, sehr sicher. Aber natürlich, wenn hier irgendwo plötzlich ein Leck ist oder da was reißt, dann ist das Kind relativ schnell verblutet. Schwerstkranke Kinder, zu wenig Personal. Und jederzeit kann ein Notfall hereinkommen oder Patienten von der Normalstation zum Notfall werden. Dafür müssten sie eigentlich Platz schaffen. Wir hatten zwischenzeitlich das Problem, dass wir Kinder einfach nicht abverlegen konnten ins Haus. Und wenn wir dann sagen, okay, dann müssen wir sie in irgendeine andere Klinik verlegen und da kommt ja dann auch eben nicht irgendwie kleine Kliniken, sondern Kliniken, die auch eine Intensivmöglichkeit haben, dann müssen wir, wie gesagt, mit Oldenburg, mit Hannover, mit Hamburg telefonieren und hoffen, dass wir dort Plätze bekommen. Und da sieht es häufig ähnlich aus. Für die nächste Stunde läuft es wie geplant. Dann kommt er doch, der Notfall. Du denkst mal. Ja, wir kommen. Ja, tschüss. Gut, jetzt müsste ich mal eben sagen. Was machen wir? Notfall unten. Ole? Ich gehe mal auf die Elf schnell. Was geht es da? Ja. So ein Krampfer. Es geht um das Baby, das später hierher kommen sollte. Das Kind, was heute die Augen gelasert bekommen sollte, hat wahrscheinlich auch eine frische Infektion. Ich gucke die jetzt ab, ne? Nee? Ich gucke die jetzt ab. Legst du die da rein? Ja. Ja, okay. Wir nehmen die hoch, wir können die aber nicht lasern. Die muss erst mal. Ihr könnt jetzt hochkommen, ja. Die Augen-OP muss noch warten. Es gibt jetzt Dringenderes. Können Sie gleich da kommen, bringen die das Kind. Zum Glück kann das Baby hier gleich aufgenommen werden. Es war ja schon eingeplant. Also ist es im Grunde Glückssache, ob ein Kind adäquat und gut versorgt wird oder nicht in solchen Zeiten? Vielleicht nicht ganz häufig, aber es gibt sicher einige Situationen im Jahr und einige Momente, wo es tatsächlich so ist, dass es Glückssache ist, dass man einen adäquaten Versorgungsplatz findet. Was befürchten Sie für die nächsten Jahre? Ja, ne Selektion. Ne Selektion nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, malt zuerst. Und wer halt in so einer Phase, wo ganz viele Kranke sind, kein Bett findet, hat Pech gehabt. Hier versuchen sie dagegen zu halten. Solange sie eben können. Aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es übrigens, für eine gute Personalausstattung müssen die Krankenhäuser eigenverantwortlich sorgen. Was aber bitte tun, wenn es kein Pflegepersonal gibt? Wir sind eins. ARD